Ja, das ist die Flagge der Panzer. Weitere Bomben schlagen ein. Rottelibano hat Aufsicht. Da ist er, Kontakt zwölf Uhr unterhalb. Was willst du denn machen, wie du wieder schnell rein spielst, Vogel? Wie du zwölf Uhr macht er von links nach rechts. Ich seh einen unter mir, ich geh nur einmal drauf. Cats, Achtung, links von dir auch. Da sind sie auf ein Uhr, zwei Peschkas. Wir steigen, wir steigen. Guss, hoch. Stürzt einer auf der Eins. Von rechts nach links. Ach, leck mich doch, ey. Lack out. Ohne Höhe können wir da nichts machen. Wie du, sechs Uhr, was ist das? Cats, soll ich wieder, soll ich alleine reingehen? Das will ich jetzt nicht mehr. Wir haben sechs. Wir haben sechs. Wir haben sechs. Wir sind bei den Bonson. Wie du, meine sechs. Ja, geh runter zu den Bonson, damit ich dich sehe. Ich hab die Peschka, die ist jetzt, die ist jetzt bei der Stadt. Die ist jetzt bei der Stadt. Die ist jetzt bei der Stadt. Überm Platz. Überm Platz. Wir helfen Cats. Ja. Wie hoch? Wer tot. Ja, jetzt auf 1.000. Ja. Jo. Da gehen 56 Einflüsse dahin. Oh, fuck. Scheiße. Wido, ich bin frei, wie's ausschaut. Ich bin auf deiner 7 Uhr, leicht unterhalb. Ah, die 16 voraus von mir. Ja. Ja, ich sehe zwei da oben, drei. Die soll ja kurz wie du. Bleib einfach mal dran, Guus, ja. Okay, ich bin auch über dem Flugplatz. Deine war auf 10, hast du gesagt? Ja. Wie hoch? 15 Luftrampf, noch Lichtplatz. Ah, Viktor, die Bahn hat sich. Fing an einer, die 16. Jo, bist du, seh dich. Du schießt grad. Du deckt ihn jetzt. Du bist frei, Don. Der geht runter. Achtung, ich weiß die 16 hier. Zweiter hier. Zweiter hier. Lügel ab. Don, zurück. Du hast noch eine zweite Maschine. Über der brennenden Quantenstadt. Ja. Über den Wald. Die 16. Nicht hochziehen. Nicht. Ich krieg eine 6. Auch Kurs Nord. Über dem Platz. Kurz nördlich vom Platz. Die 16. Intermeer. Höhe. Hallo ist... Genau beim Platz. 10. Hallo 10. Vido dreht grad an mich rein. Okay, fliegst du zum Platz hin, ja? Negativ. Ich flieg immer noch Nordkurs. Also dann gehst du ins Feindsee. Ich geh vorsicht. Ah, stell dich näher. Wir wollte Wolken. Achtung, hat rum Kuss. Hier ist da eine i16 dran, die da unten dreht. Ja, ich hab grad versucht sie zu kriegen. Ich krieg sie nicht. Ja, die dreht immer noch Rolf. Ich bin dran. Ich weiß nicht, ob ich noch 6 hab, aber ich mach den jetzt trotzdem. Über der brennenden Stadt. Vido, ich sehe dich schießen. Ich komm gleich dazu. Bleib mal mit Druck. Mach Druck. Vido wird beschossen. Vido, hinter dir ist was. Ja, ich hab immer noch eine i16 dran. Da sind zwei, Graf. Zwei Graf. Flieg nach Süden weg. Ganz tief. Ganz tief. Gus, wir gehen rein. Lebano, wo sind wir genau? Direkt bei der brennenden Stadt. Ja. Ich seh hier fast nix. Nach Süden. Graf ist raus. Lebano fliegt die i16 an. Mit Gus. Sind zwei. Jo. Drei. Oh scheiße. Ja, stimmt. Da vorne kommt noch eine. Über der brennenden Stadt Südlicht des Platzes, gell? Nördlich des Platzes. Viele Treffer durch. Ich mach Höhe. Wir brennen überall Fretter. Okay, Victor. Oh, ich schmuck. Paurido. Hier hab ich. Wo sind die anderen? Wenn du tot bist, ist das automatisch. Ah, ja. Wir können keine mehr sehen. Wo ist die zweite? Ich seh nur noch 109er hier. Und wo ist die dritte? Keine Ahnung. Ja. Geh nicht mehr. Der rückt ja den Panzer an. Jo. Ab nach Süden. Okay Gus, wenn's nächste Mal ne Chance ist, kannst du natürlich gerne auch mit drauf schießen. Und dann decke ich dich dann ab. Alles. Wie viele Leute haben wir verloren jetzt? Eins, zwei. Ich glaub Ketz und Graf, ne? Jo. Leistung geht zurück auf 1,1 Atta. Victor, 1,1 Atta. Jui, bist du mit der einzelnen 109 unterwegs? Victor, auf Hallo 24 Grad, äh, kurz West. Wirst du gerade? Wirst du gerade nach Lisa? Ne. Ja. Na so, die Leute werden nicht auf Hallo 24 Zeit, oder? Ich komm jetzt genau über den Platz rüber auf Westkurs. Steck mal über die Wolken. Ja, voll klar. Fein greift dann bei mir. Ich bin an die Lauser Heuschweide. Irgendwo bei einem Franzern sind Feinde. Ich bin an diesen Footcarts. Bei dem Franzern. Da bin ich. Feindmeldung. Ja, ich seh grad wie du dem Footcarts platzierst, aber... Ja. Ich bleib Wolkenunbekannte. Ja Gott, Lebanu ist direkt über den Panzern auf 12. Ich seh nix. Suche. Wir drehen ja mal Kreise. Ja, der Don ist auf Euro 6. Vitamine. Wir sammeln über den Panzern direkt. Tja. Da stehen sogar noch einige. Das war ein schlechter Anfang. Achtung. Mick hinter mir. Mick hinter mir. Ja, Mick gesehen. Über Platz. Über diesen Flugplatz. Hallo 15. Ja. Bei dem Panzern. Bei uns. Ich komm ran. Ich komm ran. Warte. Oder ist es nur 109? Nee. Ich hab 209 hier. Die Mick ist grad irgendwo in die Wolken reingezogen. Ich hab ne Rotte 109 in der Lisa jetzt. Die Mick wird jetzt von der Flak von den Panzern beschossen. Ah, ich seh die Mick. Alles klar. Gussi fliegt uns zum Glück nicht an. Da haben wir Glück gehabt. Das hätte fast ins Auge gehen können. Wir ziehen weiter die Lisa rum. Und wir gehen hoch. Wir steigen. Erstmal weg von denen. Die sind ja alle in der Gegend. Die geht mich an. Die geht mich an. Runder zum Platz. Ja. Ja. Zieh sie runter. Sonst werden wir nicht helfen. Leistung geht auf Gefechtsleistung. Hey. Ist ne I16. Victor. Das ist die Mick. Wo bist du denn? Höher am Platz. 500. Ja. Ich seh da was schießen. Ja. Ich komm ran. Bleib schnell. Bleib schnell, ja. Ich bin gleich dran. Nichts. Ja, du bist frei. Der ist ab. Er zieht wieder hoch. Ja, zieht vor mir hoch. Knipser. Ja, ich sehe dich. Knipser. Sieht gut aus. Mach du den. Knipser frei. Schöner Schuss. Treffer. Er hat was verloren. Ich geh mal kurz einmal noch durch, wenn ich es schaffe. Was macht der gerade? Ich hab den aufgeräumt. Hab auch nochmal getroffen. Bin raus. Ablassen. Ablassen. Allemann ablassen. Er geht rein. Jawoll. Hoppisch. Ist er drin? Nein, fängt sich noch. Aber er kämpft. Dann LeBano nochmal ran. Ich mach erstmal Höhe, guck nochmal. Ich behalte ihn im Auge und dann geh ich nochmal zurück. Wo ist er denn jetzt hin? Er fliegt nach Norden ab. Tief. Da über im Wald. Aber ich sehe ihn auch kaum noch. Kameln am Flugplatz. Ja. Ich bin wieder zurück zum Flugplatz. Ich hab ihn nicht mehr in Sicht. Vielleicht liegt er irgendwo am Boden unten. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Pflicht noch. Siehst du ihn? Ja, ich selber. Warte mal. Warte mal. Vom Flugplatz. 45 Grad. Ganz lieb über dem Wald. Irgendwas schlägt gleich auf. Er hat eine Bruchlandung gemacht. Ja. Okay. Horedo. 2 Uhr. Don. Bin blind. Das Dorf bei der Brücke oder was? Ne, das ist keine Brücke. Das brennt oder was? Ich drehe mal rein. Ne, ne, ne. Sorry, das ist kein Dorf. Es ist einfach du jetzt verlängerter Wald. Da hat irgendwas rausgekossen. Don. Ich drehe mal rein. Ich bin auf deiner 5 Uhr. Ja, das ist unsere Flaggstellung. Ja, Brückenflagge schießt. Ja. Im östen der Panzer. Ja. Achtung Gus, folgt mir. Ich geh runter. Ich bin über dieser weggedreht. Ja. Ich weiß nicht. Sie übernehmen wieder, Don. Ja, zwei Peschkas. Ne, eine Peschka, eine E16. Nein, nein. Übernimm. Übernimm. Ich greife mit Gus von oben an. Von der Seite. Zwei Peschka, eine E16. Die raucht schon. Übernimm bitte, Don. Du weißt auch besser, wo die Panzer genau sind. Bin raus. Wer geht auf die E16? Okay, wir drehen über Lisa. Ja. Vielleicht können wir sie abfangen. Ja. Ich geh auf die PE. Ja. Dann lasse ich von der PE ab. Mach nochmal schnell Höhe und guck wo die E16 ist. In Wursch. Ich hab 6. Ich hab 6 von der E16. Ich komm dazu. Ja. Ich geh nicht. Bist frei. Bist frei. Danke. Okay. Okay. Jetzt seh ich nicht mehr. Jetzt bist du. Jetzt gleich. Ich seh die E16. Genau. Ja. Nee, Freiberg, du müsstest, wenn ich... Ich glaub, dass du das bist, gleich Freiberg. Vorsicht. Ich werd an. Ja, ich komm. Ich komm. Ich komm. Mach. Nicht hoch. Ich bin kurz vor Schuss. Achtung. Sorry, Don, hab grad verloren hier. Sorry, sorry. Nach Wolf. Nach Wolf. Okay. Andrücken. Andrücken. Du ist frei. Frei. Äh, ich hatte glaub ich nichts. Ach so, gut. Freiberg hatte die 16. Ja, ja. Aber ich werd angegangen von der... Ja, Victor, ich werd angegangen. Ich folg dir, wie du, wie du, du bist frei. Ich deck dich grad im Moment. Ich schneid dich mal ab. Ich seh's, ich seh's. Ich schneid euch gerade. Kann ich mit Kurve... Ich bin in Lisa Kurve. Okay, ich bin hinter der Mick. Ja, ich seh's, aber... Rolf, 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 Rolf. Abgeschossen. Bin durch. Gut. Ich weiß, wo ist er jetzt? Bin ich frei? Ja. Ah, da unten. Ich bin frei. Heckschütze schießt. Ja, aber die fliegt von dir weg, wie du... Ja, wir haben hier eine Mick flach. Oh, mach der doch. Achtung, der kommt wieder. Ja, ja, bin raus. Ihr seid zusammen, Vorsicht. Ja, ja. Schöne Treffer, schöne Treffer. Sauber, ja. Ja. Ich komm jetzt auch mal kurz rein, von der Seite. Ja, der dreht auf mich, der trifft. Ja, er zieht noch einen E16 mit. Ja, er zieht noch einen E16 mit. Ne Mick und einen E16. Alle Müller. Treffer drauf, durch, raus, hoch. Er geht auf mich, ich zieh ihn lang. Jo, ich geh dann gleich wieder rein. Oh, schön Treffer. Leute, sprecht euch ab. Aber es sind Fremde dabei. Achtung. Achtung. Ich bin Nummer 2. Ne, das ist ein Fremder. Das ist ein Fremder. Ich komm grad hinter dir mit Fahne. Ist Sonn frei mittlerweile? Ja, Sonn frei. Die E16 ist durch. Die E16 geht runter, Horedo. Die E16 ist durch. Doch, ja. Sie ist auch durch. Achtung, aufgepasst. Im Norden von uns, Tracer. Achtung von der Mick, los. Okay, Guus, bis dran, super. Ich drehe mal Rollschlein weg. Erstmal ruhig reinbringen. Hier kriegt noch eine Mick bei uns. Bei uns ist eine Mick über den Quanten-Dörbschen. Hoch, rechts. Hat noch mal Treffer gekriegt von mir. Hoch, rechts. Ja, für dich. Geh nochmal auf die Säte, glaub ich. Widu, du bist bei uns dran. Ja, brenn, brenn, brenn. Sie ist einfach nochmal drauf. Ihr seid zauber. Aber die ist durch, oder? Du auch, danke. Wo ist die Mick? Ja, die geht rein, die geht rein. Du, ihr seid im Norden von uns. Ein Kilometer im Norden. Okay, dann drehen wir mal südlich runter. Ich such heute. Ah ja, der Unfall ist geschlossen. Genau südlich. Zum brennenden Dorf hin. Von... Ich glaube, es ist geballert. Diese Akkus, wir folgen Widu. Ja, unter uns ist eine Brücke. Okay. Oder war das hier oben? Ich glaube, das Ziel Panzer auf 11 Uhr, glaub ich. Hm. Bin inzwischen immer noch erstmal eingedreht. Ja, bestätige. 11 Uhr und halb ist das Ziel mit den Panzern. Verstanden. Äh, Kontakte, äh, 5, äh, 12 Uhr Widu. Visa. Hallo, etwa... 540? Ja, Flak schießt vor uns. Flak schießt vor uns. Flak schießt vor uns. Achtung, der steht, ist auf die gegnerische Stellung, also nicht zu früh. Da habe ich gerade rote Tracer gesehen, aber jetzt bin ich blind. Ich bin auch noch auf. Ja, ich hatte auch die Flagge gesehen, ich gehe, äh, keine Kontakte, sorry. Freiburg, wir steigen wieder. Sicher ist sicher. Ich sehe hier nichts mehr. Ja. Oh, bei den Panzern. Bei den Panzern schlägt es ein. Scheiße. Der ist unter uns durchgeschlupft. Victor. Ich sehe ihn abliegen über dem Wald. Du, ich gehe auf deinen Rollen. Geh mal ran. Ja. Ich bin auf... Ich rede nach Noten raus jetzt schon. Vitamine. Versuchen abzuschneiden. Was ist Peska oder L2? Ja, Peska. Schnell war sie. Ich sehe sie gerade nicht, aber wir hängen an dir dran. Wie du? Über den Wald. Ja, ja. Sie sind hinter dran. Ich habe sie aber auch gerade verloren. Die fliegt über den Wald ab. Dann bleibe ich mal ein bisschen über dir. Müssen ja nicht alle runter, gell? Ja, ja. Ich habe sie. Vorsicht, da ist auch ein Ratter, kann es sein. Ich sehe da auch was Kleines noch. Du, ich bleibe an dir dran hin. Ja, tief unter der Peska ist was. Das ist eine Ratter, ja. Die holen wir uns Freiberg. Ja, untere Peska ist tief, oder? Ja, untere ist tief. Ich glaube, ihr seht eine andere. Wie du, ich werde einmal reingedriffen von oben, oder? Scheiße, ich sehe die Ratter nicht mehr. Doch, vor mir. Ja. Da ist er. Geh sie schräg an, die Peska? Ja, mach das. Dann gehe ich auch, ich sehe es. Komm dann auch schräg von oben. Du, ich bin bei dir. Ja, einmal rein, oder? Ja, da noch sechs. Raus. Bleib am Leben. Es geht ja leider gerade über den Untergang. Ich hoffe, da wieder über Rolf. Vielleicht der Winkel im Moment. Ich war es noch kurz, Tom. Raus. Ja. Geh rein. Wo ist er hin? Er ist jetzt über dem Wald. Raus. Schön. Ja, fast dort. Ich gehe wieder rein. Lass uns Druck machen. Im Wald. Ja, fuck, ich muss mal kurz Gas geben. Weck mal Euro 6. Wir haben ganz schön viel Kontakt hinter uns. Ja, da kommt was. Sehst du drin? Ja. Ich bin drin, ja. Aber ich komme nicht so gut ran, aktuell. Der ist schnell. Wenn du jetzt mal rollst, komm jetzt mal einmal rein. Komm von oben rein. Ja, komm von oben rein. Ja, mach gerne. Ich bin ziemlich weit hinter ihm. Nicht alle ran. Kurs 3, 5, 0. Nee, vielleicht der Kreisangriff. Er kommt genau auf mich. Ja. 2, 5, 0 oder 3, 5, 0. 3, 5, 0. 3, 5, 0. Ich bin gleich in Schussreichweite. Wo bleibst du, Freiberg? Kannst rein. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt aggressiver ran. Ich glaube, da ist eine Freibachchine. Wir liegen aber sehr weit oben raus. Wir brechen auch gleich ab. Ich hab dich verloren. Ja. Ich bin frei. Ja, ich sehe es wieder ballern da hinten. Hat gerade einer gefossen von uns? Ja, Lebano. Horedo. Bodenberührung ab nach Süden. Ja, ich sehe es. Peschka abgeschossen. Äh, Il-2 abgeschossen. Ach, I16. Kurs Nord. Kurs Nord. Okay, Freiberg, ich mach Höhe. Du bist hinter mir, sehe ich wunderbar. Perfekt. Ja, wir sind frei. Gut. Uh, da ist noch eine Peschka an uns vorbeigeflogen. Was siehst du dann? Siehst du irgendwo in die Stadt oder sowas? Glück gehabt. Nee, ich hab nur den Fluss gesehen. Ich hab hier noch mal ein paar Schüsse gegeben. Ich brech ab. Ja, brech ab. Wir ziehen alle zurück. Wir sind im Bronzern. Victor Victor. Sehr gut. Ah, du bist ab vor. Okay. Ja, es war doch. Ja. C. 4, R. Ja, 4. Ja, 4. Ja, 4. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Piedrey ist gefliegt. Oh! Die記se! Ich glaube... Der Gott erkennt das. Nee. 貓. Ist das nicht heilig? Ja? Ja, es ist nicht fertig.